Uttanasana ist eine der vielen Bezeichnungen für die stehende Vorwärtsbeuge. Bei Yoga Vidya nennen wir diese Padahastasana, aber es gibt auch den Ausdruck Uttanasana. Raffaella zeigt, wie es geht. Uttanasana ist ja Teil des Sonnengroßes und so könntest du ausatmen, Hände vom Brustkorb zusammen, einatmen, Arme hoch, das wäre Hasta Uttanasana und ausatmen, nach vorne hinunter und das ist dann Uttanasana. In dieser Stellung sind die Beine stark gedehnt, Gesäß gedehnt und Rücken gedehnt. Tana heißt ja Dehnung, Uttanasana heißt intensive Dehnung und Uttanasana bedeutet, dass der ganze Körper gedehnt ist. Du kennst vielleicht auch den Ausdruck Paschimottanasana, das ist die Dehnung des Westens oder die Dehnung der Rückseite des Körpers und man könnte es auch sagen, das ist die aufgerichtete Paschimottanasana. Im Grunde genommen ist es wie die sitzende Vorwärtsbeuge, nur die stehende Vorwärtsbeuge. Uttanasana kultiviert also die Flexibilität in Wade, Knie, Kehle, Oberschenkel, auf sanfte Weise wird auch das Gesäß gedehnt, die Wirbelsäule wird auseinandergezogen, was sehr gut ist für die Bandscheiben, Bauchorgane werden sanft massiert und auch der Kopf kann Kontakt aufnehmen mit den Beinen. Wenn Du andere Variationen von Uttanasana kennenlernen willst, dann gehe auf unsere Internetseite yoga-vidya.de oder auf die Yoga-Vidya-App und suche dort nach Padahastasana, denn unter diesem Namen haben wir die meisten Informationen zur stehenden Vorwärtsbeuge. Untertitelung des ZDF für funk, 2017